Kommt sie oder kommt sie nicht zu Trooping-de-Caller? Der nahende Termin stellt die krebskranke Kate Middleton vor eine schwierige Entscheidung. London, König Charles, 75, nahm nach seiner Krebsdiagnose im Februar schnell wieder Termine wahr. Zuletzt wohnte er den Feierlichkeiten zum Didier in Portsmouth und im französischen Versurmehr bei, nachdem er sich nur wenige Stunden zuvor im Krankenhaus einer Krebsbehandlung unterzogen hatte, wie Dessan berichtet. Prinzessin Kate, 42, hat sich hingegen vollständig zurückgezogen, seitdem sie ihre Krebserkrankung im März öffentlich gemacht hatte. Wäre es richtig? Prinzessin Kate könnte mit ihrem Auftritt König Charles in den Schatten stellen. Dementsprechend groß ist die Erwartungshaltung, was Prinzessin Kates Rückkehr ins Rampenlicht angeht. Heiß gehandelt wird ein Auftritt auf dem Balkon bei König Charles' Geburtstagsparade Trooping-de-Caller, die ihm zu Ehren am 15. Juni in London stattfindet. Eigentlich eine optimale Möglichkeit für Kate, sich zu zeigen, ohne ein erhöhtes Gesundheitsrisiko einzugehen. Auf dem Balkon des Buckingham-Palasts könnte sie den direkten Kontakt zu den Menschenmassen meiden, die für ihr durch die Chemotherapie angeschlagenes Immunsystem eine Gefahr darstellen könnten. Einerseits wäre es für Catherine ein anspruchsloser und zwangsläufig recht distanzierter erster Auftritt. Und das könnte ihr gut passen, so die ehemalige BBC-Korrespondentin Jenny Bond, 73, im Interview mit dem OK! Magazin. Ein paar Momente auf dem Balkon bei einem höchst bedeutsamen und viel beachteten Ereignis, maximale Wirkung bei minimalem Aufwand oder Risiko für ihre Gesundheit. Eine wichtige Botschaft in Zeiten der Krise, dass die Zukunft der Monarchie nach einigen schwierigen Monaten voller Gesundheitsprobleme gesichert ist, so die Royal-Expertin. Dennoch hält Bond es nicht für wahrscheinlich, dass Prinzessin Kate Trooping-de-Caller für ihr Comeback nutzt. Denn, sie vermutet, dass Prinzessin Kate dem König an seinem großen Tag nicht die Show stehlen will. Immerhin wäre es für alle Royal-Fins ein absolutes Highlight, wenn die seit Wochen aus der Öffentlichkeit verschwundene Frau des Thronfolgers erscheinen würde. Trooping-de-Caller gilt offiziell als Tag des Königs. Es ist seine offizielle Geburtstagsfeier und markiert seinen eigenen Fortschritt im Kampf gegen den Krebs, betont Jenny Bond und stellt deshalb die Frage in den Raum. Wäre es also richtig, dass Catherine das ganze Rampenlicht auf sich zieht, was sie unweigerlich tun würde? Im Vergleich zur Prinzessin von Wales hat ihr Schwiegervater trotz Krebserkrankung zahlreiche öffentliche Termine wahrgenommen. Beide kämpfen gegen den Krebs, überlässt König Charles' Prinzessin Kate bei Trooping-de-Caller das Rampenlicht? Die Königshausexpertin vermutet demnach eher, dass Kate Middleton ein anderes Ereignis für ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit nutzen wird. Vielleicht ist es besser, auf die Gelegenheit zu warten, bei einer ihrer eigenen Veranstaltungen mitzuwirken. Bei denen es um die Anliegen geht, für die sie sich einsetzt, so Jenny Bond. Doch vielleicht kann ja ausgerechnet König Charles Catherine davon überzeugen, gemeinsam mit ihm, Königin Camilla, 76, Prinz William, 41, und den Kindern George, 10, Charlotte, 9, und Louis, 6, vom Balkon zu winken.